Für Charlie Pardana und Irene Walker war es Liebe auf den ersten Blick. Sie entdeckten, dass sie in modischen Dingen den gleichen Geschmack haben. Weißt du, in New York würde so ein Jackett auch heute noch auffallen. Und dass sie beide leidenschaftlich sind. Küss mich, Charlie. Vor allen Leuten? Sofort. Und dann entdeckten sie, dass sie auch noch in der gleichen Branche arbeiten. Zuerst lege ich dich um, ja? Dann bud ich ein schönes Loch und werde dich darin vergraben. Ich habe in den letzten Jahren durchschnittlich drei, vier Killerjobs erledigt. Alles wurde bar bezahlt. So viele? Aber das ist doch minimal, wenn du die Bevölkerungsdichte bedenkst. Aber im Prizzi-Clan... Ich verfrachte Dominik nach Vegas und mache dich zum Boss. ...wird es immer verdammt gefährlich... Erledigst du den Auftrag? Wer ist es? Ein Burscher aus Brooklyn. Charlie Pardana. ...wenn Vergnügen und Arbeit durcheinander gebracht werden. Da suche ich nach dem Schurken und stelle fest, das ist mein Mädchen. Kann man sich sowas vorstellen? Mache ich sie nun kalt oder heirate ich sie? Was davon bloß? Besser noch. Lass uns Doktor spielen. Möchtest du noch etwas naschen, Schätzchen? Die Ehre der Prizis.